Musik Auch im 65. Lebensjahr steht der Meister nicht nur gut im Futter, sondern auch unter der alten Power. Davon konnten sich jedenfalls seine Anhänger während der Europatour 92, wie hier im Berliner ICC, überzeugen. Ein Interview mit dem lieben Fetz? Leider Fehlanzeige. Leider Fehlanzeige. Nun ja, wenn sich einer so an den Tasten verausgabt. Doch halb so schlimm halten wir uns eben an die Fans. Jahrtausend, die Konzerthallen füllen. Egal, ob ein paar Gramm leichter oder noch ein paar Pfunde schwerer.